Okay, hier ist nichts. Weiter. Ähm, ja. Erinnerungstoken können in Ladentresoren. Okay. Hier ist eine Falle. Das finde ich gerade nicht nett. Na komm her. Hi. Oh. Take this. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Stirb. Okay, hier ist nichts weiter. Kann man was kaputt machen? Nein. Oh, ich kann nur einen Sprintangriff machen. Geil. Okay. Ist hier vielleicht was? Nein. Auch nicht. Yeah. Yield, Yield, Yield. Hör mit dem Yield. Gib mir das ganze Yield her. Wuhu. Ach ja. Na. Oh, geht nicht. CB 212 habe ich da gerade gelesen. Dann wollen wir mal öffnen hier. Hi, Kollege. Egal. Hm. Ah, okay. Ich kann mich nur heilen, wenn ich schon zerletzt bin. Alles klar. Transkription. Subjekt CB 212. Transkription. Subjekt CB 212. In Klammern Mörder. Niemand hat mir gesagt, dass es so sein würde. Zeitindex 01. Diese Wichser sind keine Gegner für mich. Zeitindex 02. Die alte Tante, die mich hier reingebracht hat, hätte sicher mehr zu bieten gehabt. Zeitindex 03. Wer zum Teufel hat ein Kind hier reingesteckt? Ich dachte, es gibt hier nur diese bescheuerten Zombies. Zeitindex 04. Dein Vater ist wer? Wer zum Teufel soll das sein? Was interessiert mich das? Zeitindex 05. Ich habe doch gewusst, dass ich dem kleinen Luder nicht trauen kann. Wollte meine Beute mitgehen lassen. Zeitindex 06. Was zum Teufel ist das? Ich höre einen Flüstern in meinem Kopf. Zeitindex 07. Willst du in meinen Kopf eindringen? Glaubst du etwa, du kennst nicht? Zeitindex 08. Du kannst mir gar nichts befehlen. Zeitindex 09. Wo ist das kleine süße Mädchen hin? Es muss hier irgendwo sein. Zeitindex 10. Jetzt ist mir klar auf was du aus warst. Warum du mich hierher gelockt hast. Zeitindex 11. Meinst du ich bin deine Laborratte? Meinst du du hast mich jetzt? Ich mach euch alle kalt. Eliminiere den Sadisten. Mission. Alles klar. Können wir machen. Ein Auge. Ach süß. Jetzt sind zwei da ja. ali fragment Bl Tapasola. Poppa. Aua. Ich! interrupt으로. idez nicht verarschen! Und. Auf! Ach so. Mit der Kettensäge also, ja? Bam. Wow. Ey. Alter. Au. Oh, fuck. Auch das noch. Ähm. Okay. Ich will mich erstmal hier umgucken. Ob ich irgendwas Schönes finde noch. Bam. Hab jetzt herzhaft wenig Bock, weil ich finde das... Oh, hi. Ey. Sag mal. Von oben krieg ich den nicht, aber er mich von unten, oder was? Wie denkst du das? Komm her. Komm her. Komm her. Aha. Okay, da hab ich. Aua. Aua. Komm her. Wunderbar. Hahaha. Aua. Geh weg. Lasst mich in Frieden. Wow. Au. Alter. Geh doch. Oh. Jetzt brennt da. Ich kann was nehmen. Lass mich nehmen. Nein. Ich wollte nehmen. Die Kettensäge ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Okay. Finde eine Mobius-Akte. Oh. Und guck mal. Da ist so ein Scream-Gesicht. Kann ich kurz nehmen. Danke. Ja. Ich könnte das jetzt aufheben. Ich glaub hier oben ist jetzt nichts. War hier noch was? Festhalten. Achso. Ja, lauf ich halt mit nem Stuhl rum. Geht auch. Komm ich da vielleicht nochmal hin? Ähm. Danke. Ich würde einfach nur gerne wissen, ob ich da nochmal hinkomme. Einfach nur für den Fall, dass ich irgendwas verpasst habe. Nö. Hier ist nichts mehr. Schade. Ich hab ein bisschen viel Leben verloren, möchte ich sagen. Aber gut, die Strategie wäre wahrscheinlich gewesen. Angriff auf den und... Also, Angriff auf ihn. Er wird die Menge der Stacheldraht fallen, die mitgeführt werden kann. Noch nicht zum Kauf erhältlich. Noch nicht zum Kauf erhältlich. Die bevorzugte Waffe des Sadisten. Wenn der Treibstoff ausgeht, kannst du im Laden mehr kaufen. Dann lieber das da. Da haben wir schon auf 2. Dann halb die Geschwindigkeit beim Gehen. So. Lieber diese passiven Sachen. Ähm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte, worauf ich hinaus wollte. Schließe die Exekutionskammer ab, um Erinnerungstoken zu sammeln. Okay. Was ist das? Ach ja. BAM! Exekutiere einen am Boden liegenden Gegner. Hab ich jetzt. Kann ich was damit machen? Nö. Ey. BAM! Tot. Oi! Was geht ab? Exekutieren. Und einmal schön ab mit dem Kopf hier. Was haben wir hier? Ah! Eine Falle. Geil. Oh. Wo war der? Ja. Oh. Das wollte ich so nicht machen. Au. Geil. Das war der Fall. Oh. Da hat er seinen Kopf verloren. Oh, da ist was. Give me these. Take these. Hallo? Oh. Ja, das wäre ganz gut, wenn die jetzt auf mich zukommen, dass ich werfen kann. Das ist eine gute Idee. Ich frage mich, wie lange das so geht hier. Ah, 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 ah. Oh. Gegen die Wand gehämmert, sagst du? Hi. Ciao. Äh, wo ist er? Da. Gute Nacht. Mensch, das Spiel macht ja Spaß, ey. So, jetzt haben wir drei wieder. Was ist das für einer? Oh. War das der letzte? Geil. Ja, das war's scheinbar. Ja, das ist ein guter Modus. Zwar ein bisschen was an Leben verloren, aber... Das macht ja nichts. Kann ich doch nochmal machen. Scheinbar, ja. Ja, wer macht denn sowas? Mobius-Direktive 03. Mobius-Direktive 03. Eliminieren Sie Testobjekt CB-207. Zwilling. Der Gedächtnisverlust ihrer Tochter konnte durch den Tod von CB-212 deutlich gebremst werden. Es ist anzunehmen, dass auch sein Einfluss auf andere negiert wurde. Unsere Daten zeigen, dass ihre Tochter sich fortbewegt. Vermutlich in Begleitung von Subjekt CB-207. Eliminieren Sie es. Wir zeichnen die Daten auf und analysieren dabei sowohl den Fortschritt als auch die Stabilität der Kontrolle durch den STEM. Ergänzende Informationen. Kontrollierte Subjekte werden vom STEM dazu benutzt, auch Wellenlängen zu senden, welche die Erinnerung und die Willenskraft anderer Subjekte in der Umgebung verschlechtern. Dieser Nebeneffekt beschleunigt die Übernahme der Kontrolle durch den STEM. Es sind weitere Tests und Analysen erforderlich, um zu bestimmen, wie sich das Entfernen eines Relais-Punkts auf die stabile Extraktion eines Subjekts in einem bestimmten Erinnerungszustand ausbildet. Wissen wir Bescheid. So, Stuhl, dich nehme ich mit. Oh, hallo. Ich finde die Tür... Wollen wir mal zur Seite rollen. Achso, ich dachte... Da ist noch einer. Und weg mit dir. Meine Güte. Wohohohohohoi! Ich habe die beiden jetzt zusammengebracht. Dem fehlt jetzt ein Kopf. Ich weiß jetzt nur nicht, ob mir das leid tun soll oder nicht. Eigentlich eher weniger.